Du, Karl Eugen, bald ist der 14. Februar. Ach, das ist schon interessant. Und ein Tag davor ist vermutlich der 13. Und einen Tag danach, wenn ich mich nicht irre, sogar der 15. Ach Mensch! Weißt du, was am 14. Februar ist? Ne, was ist da? Karl Eugen, da ist Valentinstag. Ich kenn aber gar keinen Valentin. Ach Mann, Karl Eugen, am Valentinstag schenkt man den Leuten etwas, die man mag, die man gern hat, die man liebt. Du, da fällt mir jetzt spontan gar niemand ein. Bitte? Liebst du mich nicht mehr? Entschuldigung, gilt das auch für die Ehefrauen? Ja, gerade für Ehefrauen, insbesondere für die Ehefrauen. Ja, aber was möchtest denn? Du hast doch vor 14 Tagen erst einen Staubsauger gekriegt. Ach Mensch, Karl Eugen, du bachl des Moini. Am Valentinstag schenkt man was richtig Persönliches. Ja, und was willst du noch? Ich hab so was gedacht, vielleicht was für den Hals. Komm her auf, ich hab gesehen im Bad, du hast noch 3 Tuben an die Faltercreme dort liegen. Ach Mensch, du bachl des Moini jetzt wirklich Ehefrau. Aber sollt er helfen? Ja, dann sag mir was damit. Du, ich wisst etwas, es fang mit S an. Mit S? Mit S fangen 3 Millionen Sachen an. Ja, aber Schatz hört mit EX auf. Um Gottes Willen, was willst du mit der Steuerflex? 6 7 8 9 9 9 10 10